Ihr habt zwei Messbecher, einmal mit 0,5 Liter und einmal mit 0,3 Liter und irgendwie Zugang zu Wasser, entweder in einem Teich, in einem See, in einem Fluss, Wasserhahn, was auch immer. Ihr könnt also diese Bottiche befüllen und was wir brauchen, die Aufgabenstellung ist, wir brauchen genau 0,1 Liter in einem von beiden Bechern, um was auch immer damit zu machen. Testet selber mal aus, wie ihr durch Umschütten, Ausprobieren auf exakt 0,1 Liter kommt. Also ich kann nicht sagen, ich nehme den Bottich 0,3 und teste irgendwie aus. Ihr habt keine Skalierung drauf, sondern ihr wisst nur, kompletter Inhalt 0,5, komplett 0,3. Video anhalten, selber ausprobieren, ansonsten an der Stelle jetzt weiter gucken. Eine Lösung ist, es gibt mehrere Lösungen, schickt von mir jetzt auch noch eine andere drunter. Ihr nehmt den 0,5er Bottich, macht den 0,3er voll Wasser, schüttet ihn rein, dann habt ihr zu 0,3 gefüllt. 0,2 sind ja dann noch übrig. Dann macht er den 0,3er wieder voll und schüttet von dem 0,3er komplett gefüllt, exakt 0,3 Liter. So lange in den 0,5er Bottich, bis er voll ist, denn dann gehen ja noch 0,2 Liter hier ab und übrig bleiben exakt 0,1. Und wir haben mit der Methode einmal ein Bottich mit 0,5, einmal mit 0,3 durch geschicktes Umfüllen exakt 0,1 Liter abgefüllt.